hallo und herzlich willkommen zu dem trip der unseren todbesiegeln will...oh sind das coole...oh sind das... naja kann man mit der axt ab um? mit der axt? läuft übel langsam das ist alles holz durch da cooler raum wird das jetzt wieder so was wie im end wo wir einfach rauf machen und dann sterben die anderen zwei räume habe ich gerade versucht zu öffnen das waren einfach bloß...dach hinter war einfach bloß eine wand experiment 115? lass das mal essen das sieht sicher gesund aus oh wow oh wow wow da haben wir noch eine hier äh warte mal was hä? hä? ach Gott das wird immer schlimmer ja ich habe alles essen im trial and forest gegessen was ist das hier für ein labyrinth? ein schlechtes ich bin einfach außen rum gesprungen hä? turmzerstörer hä? du kannst nichts abbauen oder? ich habe den turmzerstörer aufgebaut hä? ok bro ja ja geht das von den turmzerstörer ich bin halt einfach außen rum gesprungen warte hier ist irgendwelche in kraft fällt ich versteh's nicht und draußen achso ich habe den unzerstörer aber auch nicht bekommen nein nein ich habe die die ich dachte du hast es nein geschrieben weil ich die lampe angemacht habe nee 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 guck ich kriege du kannst gleich du mitnehmen wenn mein rucksack ist fast voll ich kriege aber den rucksack den ganzen shit von dem anderen zeug das ist perfekt wer zur hölle bist du denn wow hast du das schwert noch zweimal? ich bin satt mit dieser axt zu kämpfen ich mache genauso viel damage wie das schwert ich fahr kurz das hat 9 1,6 8,5 1,6 ist das stärkste da stärkste von dem wo ich dabei habe perfekt oh lotto oh fäden oh mein gott wie gut wo kam der denn hier? von dem spawner da oben ah wow was ist das denn für ficker? das ist ein zungenkäfer was sind Ohrenkneifer nein was sind Ohrenkneifer NO NO komm hochbauen ist lave doch denn der creeper auch oh juhu deswegen ist hochbauen lave deswegen ist sie bestraft juhu bin ich geflogen nein 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 das sind ja mini-gods ist ja sie nein 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 die zünden das ja an nein Heldin was gehts zu denn den D.O. wieder hoch wieso? ich hab dich abgeschossen hast du? ja ich dachte die blaze hat mich angezogen ne ich wollte die blaze von hinten schießen auf einmal kommst du da hoch das ist vorne weg das war's doch das war's doch das war's doch dann lass mich mal ganz beziehen was bist du denn? der mystery meat ach das ist eine Waldfeuer den gibt's in der Hülle auch der zündet hier alles an ne der zündet hier alles an boah alles aus ok wir haben keine chance das hier doch zu löschen ne wir müssen einfach schauen dass wir überleben egal einfach durch nee nicht einfach oh gott das brennt zu schnell ja let's go die treppe brennt ich weiß nicht warum wir hier einen Wasserhämer hätten mit dem Sohn die ohne oh gott ich bin da die aus die aus das hier aus Holz zu bauen und blazes zu spawn ist halt schon ne asiatische Aktion ne das ist nicht asiatische Aktion ich würde es einfach dumm nennen okay wir sind safe hier oben brennt auch schon alles oh was ist das jetzt? oh no was wird das sein? boah was ne krass ey hier brennt alles hier brennt alles was soll es denn hier eigentlich für ein Lut oder ein Boss geben? ach du scheiße wie sollen wir denn da rüber kommen? da oh gott das ist ein Gas gespawnt wo? das sind keine normalen Gas wo? das sind keine normalen Gas ich guesst nein der ja hier müssen wir irgendwie nach oben ich hab nicht mehr genug Blöcke dafür ja same dann einfach hier rüber ja wie? rüberwohn ja ich hab gar keine Blöcke komm runter komm runter ok wo ist sie? wo ist sie? die Treppe? die Treppe ist aufgebaut fuck ok 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 heh heh Ha come on du scheiße ist ordentlich ja das muss jetzt der final sein, komm wir von da unten hin, ne ne, wer war da da, warte warte, 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 das skelett muss sterben, ok ich hab keine blocke, jetzt versuch nicht drinnen, aber impossible warte, warte, jetzt ein Gas spawnd heulich, oh no, die Ränder, Ränder, einfach durch und nach oben oh, ich hab die, oh nein, ich hab die soll, hä, was soll diese Treppe hier, oh mein Gott oh wow, egal, das geht nur nach oben ach du scheiße sind das viele oh, da ist noch einer von den Atomwixern ich bin eigentlich kein Fan von, äh, einfach schnell durch, aber, wuuu, ja uns brennt hier der Weg nämlich weg oh, danke ja, äh, ja, einfach nach oben oh, 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 jetzt fängt er an, dass man zu legen oh, was ist das hier? oh, hier ist ein Pokal, ein Empel cool für uns ok ist hier noch eine Treppe, oder? wow shit ist immer noch nicht sein Wegster oh, nein Wegster warte mal, die ist dann oh Gott warte, ey, ich hol mir aus meinem Backpack mal kurz Essen raus nochmal zwei Videos nice na,ss ich fahre aber einfach nur um, oder? ja hä, wer ist denn jetzt da der höchste? einer von den beiden dann will ich jetzt aber zu Dini, oder? ah, ne, das ist auch nicht drin, ey naja, alles gut da ist ne Brücke dazwischen, die habe ich da nicht freundlich gesehen ah, leck mich doch am Arsch lustig ist, alles was wir hochgehen müssen wir auch wieder runter kommen hier gibt es nichts hier war glaube ich im weg dazwischen näher eins über uns jetzt muss man nach oben gehen die spitze des turms also die armen blöcke liebe wasser muss mein wasser hin ich habe mein wasser verloren was auch das sieht sprenghaft aus gas trap gekappt das ist der urgas Pass auf, der heult! Oh nein! Geil! Der ist aber überhaupt nicht laut, oder? Nee, überhaupt nicht! Ich hoffe, dass wir die nicht beide killen müssen. Der heult! Warum heult der? Warum heult der? Jetzt schau ich mal kurz hin, ob ich irgendwas finde. Also hier war noch mal eine Gas-Trap auf der Seite. Ah, es sind so viele wie die Gas! Sieg hat ernsthaft aktiviert. Jetzt geht er nicht mehr! Jede Ghost von mir ist jetzt aus! Wow! Der Wichser spawned Mini-Ghosts! Ich kann mal wieder zurück, Alter! Ist die so schlecht? Jetzt nicht mehr zur Spenden. Bescheid es auf einmal. Es geht bei mir. Schmerzt es nicht mehr zur Abenteuerung anzulegen! Schmerzt es nicht mehr zur Abenteuerung anzulegen. Aber woher geht es? Die Garstenschläffs helfen uns. Die helfen? Ja. Hast du die alle abgebaut? Ich hab die alle im Inventar. Nimm deine eigene Kugel zurück. Wie würden die uns helfen? Die können wir chargen, indem wir kleine Gase töten und dann machen die im Damage. Dann komm mal her hier. Jetzt müsstest du die wieder zurückstellen, da wo sie hingehören. Du hast das Redstone bei dir abgebaut. Okay. Das hab ich aber nicht eingesammelt. Das ist die letzte. Ja. Okay. Also wir müssen jetzt warten, dass er hier Gas spawnt. Ja. Dabei vielleicht nicht unsere Pfeile verschießen. Die haben nämlich nur 15. Komm her, Bro. Komm her. Komm her. Ja, genau. Los. Wurden die alle angesagt? I guess. Gleich, wenn wir da eigentlich versuchen die hier. Das hat das Redstone gespringt hier. Scheiße. Dann saugen wir ihn an. Den Gas Traps. Oh mein Gott, das ist richtig gut. War das nicht verbunden? Ja. Das ist noch nicht genug geladen. Was läuft mit dir denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Trophy. Hast du sie? Feuertränen. Tränen. 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 Weißt du was das schlechte ist? Look at this. Ja. Ich hab das Achievement gekriegt. Ja, ich hab das Achievement. Oder? Tränen des Feuers. Ja. Stimmt. Die Feuertränen des Urgas um der Kälte und den Schneewändern zu widerstehen. Ja. Hast du die noch? Warte. Oh Gott. Was hab ich jetzt getan? Ah ja. Okay. Aha. Perfekt. Oh Gott. Ich würde das nicht nochmal machen. Das wär zu viel gewesen. Ja. Lass irgendwie schauen. Wir müssen nach Hause. Einfach Wasser den Dinger seitlich runterfließen lassen. Und dann warten wir. Oder wir gehen bitte rein. Warte, wir haben Stammbild? Ja, alles gut. Du findest nicht. Nicht so schnell, ne? Ja. Wow! Genau so was auffasst! In Bewegung bleiben. Wir haben's geschafft. Wir haben zwei... Wir haben die Hydra und den Urgas getötet. Oh mein Gott. Okay. Schön. Schönes Ding. Ich bin Level 28, Bruder. Ich bin 32. Bist du ein bisschen unter Druck, ne? Ich hab mir auch kein Wasser mehr. Achso! Sag doch was! Ich sag doch was! Das ist in die Richtung zu unserem Portal. Ich wusste es genau, dass ich keins mehr habe. Nein! Ja, wir haben jetzt 2.000 Blöcke zum Heimlaufen. Ja! Dann will ich sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like nur. Aber wenn es euch gefallen hat, Schaap, weil es kommt mir vorbei. Schaap, wo ist der Twitch gerade vorbei. Morgens gibt's nur eine Gezweite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!